Wie geil ist das denn? Ich habe einen Eimer Reis bekommen. Das erste Mal, dass ich einen Eimer Reis bekommen habe. Das ist das wilde Eis. Ich habe nie einen Eimer Reis bekommen. Da wollte ich euch einfach mal daran teilhaben lassen, dass ich sozusagen jetzt einen Eimer Reis bekommen habe. Sehr geil. Ach der riecht ja richtig. Ich habe meinen Eimer Reis bekommen. So jetzt wisst ihr Bescheid.